Da ist er, haut den A380-Sticker raus, wenn ihr wollt. Er lässt tatsächlich überhaupt keine Wirbelschleppe, beziehungsweise überhaupt keinen Liftwirbel. Oder man sieht sie einfach nicht, wegen der Wetterlage. Auch sehr schön gelandet. Ja, ihr seht, nämlich nicht viel. Hier ist so eine Suppe, das ist echt nicht mehr schön. Ich weiß nicht, wie es weiter unten aussieht, aber das ist wirklich ekelhaft, die Suppe, die hier fliegt. Man sieht ihn da, der A380er kaum noch. Ja, da warte ich, bis er hier hochgekommen ist. Ja. 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 Ja.